Hey Leute, schön, dass ihr zum nächsten Tutorial eingeschaltet habt. Heute erkläre ich euch den Shifty, dafür nehme ich das Radialboard, einfach weil es blinker und drehfreutiger ist. Ihr könnt den Trick aber auch mit jedem anderen Board machen. Der Shifty sollte jedem Snowboarder von euch ein Begriff sein. Hierbei dreht sich der Oberkörper in die entgegengesetzte Richtung vom Unterkörper. Dieser Trick sieht nicht nur super stylisch aus, sondern ist auch sehr hilfreich, um für den nächsten Snowboard-Urlaub richtig gerüstet zu sein. Hierbei ist wichtig, dass euer Körperschwerpunkt, also Schultern und Hüfte, über der Rolle bleiben. Ihr bleibt also genauso balanciert wie vorher, dreht euch kurz ein und wieder zurück. Beim Zurückkommen schön in die Knie gehen, um leichtes Schwanken ausbalancieren zu können.